So, da sind wir dann auch schon wieder und holen uns unseren Cobblestone. Wir haben ja gerade in der letzten Folge beschlossen, dass wir jetzt so ein bisschen schummeln. Dann guckt mal hier, das sieht man kaum dadurch. Und dafür jetzt so Mengen Rohholz zu verschwenden bei unserer Holzknappheit, das müssen wir dann auch nicht irgendwie... Irgendwie wäre das... Es wäre einfach doof. Sagen wir so, einfach doof. Nur doof. 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 Naja, ich habe mir ein paar mehr Stöckchen gerechnet. Äh, ja, den Cobblestone. Cobblestone. Ich hoffe, der reicht. Das war, glaube ich, der letzte Rest, den wir noch hatten, oder? Naja, für den Notfall. Oh, ich würde gerne die Mauer aus diesem pinken Birkenzeug machen. Aber da fahren wir jetzt, glaube ich, gerade zu wenig Birken stehen. Hier ist es eher rot. Ach ja, stimmt, die Birken haben jetzt ja auch einen eigenen Farbschema-Code. Ich hätte die Eimer zwischendurch mal wegbringen können, dann hätten wir schon wieder mehr Plätzchen gehabt. Ach, ich merke schon, das hier kann ich gar nicht nehmen, weil das ist... Ach, jetzt habe ich da oben gerade die Setzlinge reingepackt. Die dürften hier gar nicht rein, aber wir müssen irgendwann hier nochmal hier hin. Es gibt ja Leute, denen gefällt mein Sortierschema nicht, weil ich jetzt alles hier quasi auf kleine Stationen verteile und immer die ganze Hin- und Herrenerei. Allerdings, ich finde, das hat auch was von... Wir packen es einfach weg und nehmen es dort nie wieder her. So, die wichtigsten Rohstoffe, die haben wir ja im Haus. So, Holz sollten wir haben, Stein sollten wir haben, Dreck haben wir sogar. So, dann wird mal geguckt. Oh, ist doch passend sogar. Haben wir jetzt auch noch einen Stack Kohle mitgenommen? Nee, oder? Da müsste jetzt noch ein Dreck hin. Schmeiß den neuen Eimer erstmal weg. So. Wieder. Ja, ich meine, sowas muss doch auch mal passieren. Immerhin ist das hier ja ein Regenwaldbiom. Sprich, hier darf das auch ruhig regnen. Ohne, dass wir uns aufregen dürfen. Ja, dieser verdammte Rotzregen, der geht mir sowas von auf den Piss. Na ja, jetzt habe ich mich einmal aufgeregt und das reicht auch wieder. Gestern habe ich den Sound leiser gestellt, weil es hauptsächlich auf die Tonaufnahme ja ankam. Mist. Aber auch jetzt kommen wir noch sehr gut voran. Ich weiß nicht, ob das Holz reicht für unsere Dachterrassen-Gehweg-Konstruktion. Aber das werden wir ja spätestens dann gleich wissen. So, hier zwischen. Dazwischen. Hier drauf. Dann noch hier drauf. Und dann noch zurück, das Ganze. Ah, hier ist dann wieder Wüste. So. Dann machen wir überall die Fackeln rein. Das ist wichtig. Hier ist leider keine Wüste. Ja. Mit drei Stückchen Kohle komme ich da nicht weit. Da können wir jetzt genauso gut zurücklaufen und schon mal die nächste Kohle-Ladung holen. Hier ist es immer schön. Hier ist es wüstig und ruhig und wüstig. Es kann übrigens jederzeit wiederkommen, dass wir hier ein Schneebiom kriegen. Das heißt, früher oder später müssen wir dann wirklich mal uns hinsetzen und alles schneefest machen. Aber das ist nicht heute, weil heute ist ja hier noch kein Schneebiom. So. Das reicht jetzt. Ah, die Kohle nehmen wir trotzdem mit. Die Eimer können wir allerdings jetzt hier lassen. Okay. Die Farbe von dem Wald da hinten finde ich richtig schön. Wollen wir dann zweitens hier Wald anlegen vielleicht? Ich meine, das bietet sich ja quasi von der Färbung an richtig. Zum zum zum, hier waren wir stehen geblieben... 1,2,3,4,6,7,8,9, 10, lala, und nochmal, weiter immer mehr... und da noch, und hier noch, und dort noch... und lalala, und lalala, und lalala, und lalala... und lalala, und lalala, und lalala... Und la, und la, und hup, oder nicht. Und ich glaube, unser Farmhaus, das wird dann etwas schmal, da verlänglich. So, haben wir noch ein Stack. Ah, ob das reicht, da sehe ich schwarz. Das wird immer noch besser als rot, denn rot ist, wie alle wissen, eine Tundenfarbe. Man sieht nicht rot. Zumindest alle, die RTL verfolgen, wissen das. Ah, hier ist es wieder schön ruhig, hier bleibe ich. Hm, naja. Machen wir nochmal. 16, das ist ein Stack dann. Wir brauchen ja auch noch ein paar, die überbleiben am Ende. So, hier fällt einer. Der Rest sieht recht gut aus. Was will ich eigentlich mit dem paar Grasbüscheln? Da komme ich doch nie und nimmer aus hier. Na ja, der kann eigentlich schon mal bleiben. Den müssen wir jetzt nicht wieder abhaxeln. So, nächstes Stack. Aber vielleicht kriegen wir zumindest diese Runde hier geschafft. So, auf jeden Fall nicht. Das fehlt mir auch noch, jetzt mit der Schere losziehen. Ich dachte, ich hätte davon wenigstens genug auf Lager. Nein, du nicht. Von der Musik hört man kaum noch was. Aber Hauptsache, es schüttet wie aus Gießkannen. Das ist doch das Wichtigste. Kann das sein, dass sich der Block da unten in meinem Inventar auch farblich anpasst? Ich meine, vorhin war er strahlend grüner. So. Nö, haben wir nicht mehr fertig gekriegt. Oh je. Da bleibt einem heute auch nicht sehr spart an Laufwegen. So, dann können wir auch gleich die Böckendinger da mitnehmen. Die könnten wir theoretisch irgendwo in die Mitte einsetzen, wo sie keiner sieht. Thema Mitte, da werden wir auch noch mal ein bisschen sparen können. Ja, heute ist Weltspartag. Was will ich denn in der Kiste? Stimmt. Das bleibt hier, das bleibt hier, das bleibt hier, das bleibt hier. Ihr kommt in die Krabbelkiste. Okay. Auf jeden Fall, wir werden noch mal ein bisschen am Laub sparen. Ja, ja, an allen Ecken und Enden wird heutzutage gespart. Selbst in Minecraft beginnt das Sparen schon. So, jetzt mal nehmen wir das hier mit. Dich auf. Na. Das ist jetzt, glaube ich, die vierte Folge, oder? Und wie gesagt, immer noch schön die Abstimmung machen, ob wir mal wieder im Standard-Texture-Pack spielen sollen. Oder meines verhalten sollen. Dann, ob wir überall die Kieswege rausrumpfen sollen und da so schöne Wege hier reinsetzen sollen. Alles noch offen, wartet alles darauf, dass ihr abstimmt. Und deshalb, macht das auch mal fröhlich. Macht mich damit glücklich. Äh, ja. Passt noch. Gerade eben hier kommt dann wieder bei der Laub drauf. Die Reihe hier ist sehr laubsparend. Ist das schön. Ah, jetzt habe ich hier noch zu viel. Dafür ist das hier die reinste Laubverschwendung. Was tut man nicht alles für eine schöne Tierhecke anstelle einer einfachen Mauer. Warte mal, hier setze ich jetzt einfach mal die hin. Ah, schick. So. So. Ich werde das später nicht vergessen. Einfach mal so eine Reihe Abwechslung. So hoch kommt das hier. Wir sehen noch mal, wie weit wir den Berg da geschraubt haben. Und ja, von außen muss auch noch eine Reihe drauf. Ach, jetzt habe ich hier Mist. Ja, ja, hätte ich mal eine Schere dabei. Ich weiß. Puh. Also hier ist es schon nicht mal so schön. Jetzt lecke ich die einfach mal hier neben, weil es hier ja nicht so auffällt. So. Das heißt, hier ist schon wieder ein anderes Biom. Ah, sieht man vielleicht auch an den Farben. Ich glaube, das ganz hellgrüne hier, das ist der Dschungel. So. Wir machen diesmal auch keine an den Außenwänden, kein Gras, keine Blätter dran. Das können wir uns, denke ich, sparen. Wir haben eh schon so wenig. Dann kommt da einfach eine Holzdecke drauf. Und dann ist Ende im Gelände. Hier in der Mitte kommt auch keine Decke mehr drauf. So. Dann hier. Klatsch. Da werde ich nass. Und kommen wir auch gar nicht mehr hoch. Das ist doof. Ja, das ist verdammt doof. Haben wir jetzt überhaupt noch irgendwo einen Eingang? Ja, so macht man das halt, wenn man einbrechen muss, weil man den Haustürschlüssel vergessen hat. Und man baut sich einen kleinen Schwungturm und springt. Ja, komm. Ja, komm. Nehmen wir einfach mal dort die Mauer als Eingang. Es hat aufgehört zu regnen, wie schön. Nein, es hat doch nicht aufgehört zu regnen. So, jetzt brauchen wir unsere... ...Scheren wieder. Haben wir zum Glück noch ein paar. Die können wir auch verbrauchen. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir da vorne so einen schönen Tunneleingang hinkriegen. Wie wir ihn quasi jetzt schon überall benutzt haben. Ach ja, stimmt. Die Halbsteine fehlen ja auch noch hier. Okay. Sieht gut aus. Hier Halbsteine bis hier. Dann geht es hier dann eine Reihe tiefer. Müssen wir gucken, dass wir die Wände dann auch noch machen. Und was Schönes fällt uns da so viel dazu, dass das passt. So, nochmal. Schön, dass wir hier überall Clearstone haben. Dann machen wir hier noch einen weg. Dann machen wir hier einen schönen Eingangsbereich. So, das waren jetzt zwei. Das heißt, da ist es wieder trocken. Hier ist es garantiert trocken. So, dann machen wir hier noch einen so. Hier können wir dann einen hochgehen. Natürlich auch wieder mit dem hier. Ah, und guck mal, da ist ja schon der Himmel wieder zu sehen. So, hier basteln wir uns dann auf jeden Fall noch einen schöneren Eingang hin. So. Für den Moment reicht es aber. So, wir brauchen Holz. Äh, nee. Laub. Ich weiß nicht, das Laub ernten geht auf Multiplayer immer schneller, finde ich. Aber so werden die Bäume zumindest auch etwas kleiner. Oh je, in dem Tempo dauert das ja Jahre. Hier könnte man, glaube ich, gut ernten. So. So. Ja, und natürlich gibt es in unserer Welt auch Dschungel-Biome. Ich musste das Tutorial nicht anwenden dafür, weil das war ja hier noch eine Prä-Welt und die nie in 1.1 gestartet wurde. Und deshalb haben wir hier auch unsere Dschungel drin. Aber was ihr überhaupt ja eh schon gemerkt, ich meine, die Kätzchen waren ja da und... Wie viele Stacks braun war ca. noch? Naja, damit kommen wir vielleicht mal nicht hin. Also ganz ehrlich, einer auf dem Boden stehender Baum wäre mir da wesentlich lieber... Ach, die Pilze, wie schön sie gewachsen sind. Das war jetzt genug halb geklettert, jetzt gehen wir da drüben hin. Oder wir gehen einfach jetzt in den Sumpf rein. Mein Gott, schadet ja nichts. Nee, dich will ich gerade nicht. Und wir bleiben weiterhin bei dem Motto, dass wir keine neuen Bäume in der näheren Umgebung anpflanzen werden, sondern die Setzlinge sparen werden für unsere Zierwälder. So, Schere Nummer 1 kaputt. So, und das geht doch schon wesentlich flotter hier. Man muss nicht so nach oben häckseln. Wenn wir das jetzt mal 5, 6 Bäume gemacht haben, dann reicht das. Und ich meine, die bleiben doch schön zurück. Ich meine, genauso macht die Stadt Bottrop ihre Bäume auch. Bevor sie sie abholzt. Äh, wie steht's? Ah, steht noch gut. Nach dem Baum hier werden wir übrigens mal dann kurz wieder eine Unterbrechung machen. Und ich glaube, ich werde heute nicht mehr zum Dschungel-Event kommen. Im Endeffekt, es fing schnell an, aber hält jetzt doch mehr auf, als ich gedacht hab. So. Und so. Und so. Und so. So, dann machen wir jetzt eine kurze Unterbrechung. Bis gleich.